Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars Feinem Podcast Episode 158. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Erstmal vorweg, ich bin ein bisschen erkältet. Das heißt, es könnte sein, dass ich in der Aufnahme huste, schnäuze oder mit einem Taschentuch an der Nase rumfummel. So klingt das dann. Dafür bitte ich schon mal jetzt um Entschuldigung. Und dann möchte ich Danke sagen an Philipp und an Nora, die tolles Feedback hinterlassen haben zur letzten Folge 257, weil ich da ja so ein paar Erinnerungslücken hatte und die füllen die beiden ganz hervorragend. Philipp schreibt zum Beispiel, Ich habe mich über die Gespräche gefreut, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke Philipp, so ging es mir auch. Und Nora schreibt, Die Dame, die du meinst, heißt Kübra Gümüşay, wunderbare Frau mit wunderbaren Gedanken. Und im Prinzip ist ihr das Motto Love Out Loud zu verdanken, weil sie im vergangenen Jahr einen sehr emotionalen Vortrag darüber gehalten hat, dass wenn der Hass so organisiert ist, wir auch die Liebe organisieren müssen. Danke fürs Erwähnen und Verlinken von die Anachronistin. Liebe Grüße, Nora. Ja, vielen Dank fürs Feedback und vor allem fürs Auffüllen meiner Erinnerungslücken. Das ist natürlich sehr, sehr großartig. Diese Woche war, ja, also es war anstrengend, aber es war auch wenig, wenig Bemerkenswertes dabei, also wenig, wenig Podcast geeignetes. Ich habe eben schon mal so überlegt, was ich erzählen könnte. Und da waren so ein, zwei Geschichten, die ich zwar erlebt habe, die ich persönlich einigermaßen spannend fand, wo ich aber gemerkt habe, dass sie so beim Erzählen mit jedem Satz langweiliger werden. Deswegen werde ich euch das ersparen. Nur eine Geschichte, die gestern gespielt hat. Ich war mal wieder fürs Fernsehen unterwegs nach langer Zeit und sollte einen kleinen Bericht machen über einen Staffellauf, den Lauf zwischen den Meeren. Den gibt es einmal im Jahr, startet immer in Husum und führt dann nach Damp an die Ostsee. Das sind 95,5 Kilometer und jede Staffel ist zwischen 7 und 11 Kilometer lang. Mit Teilnehmerrekord, irgendwie über 800 Teams waren angemeldet, also schon eine ganze Menge an Läufern, die da auf die Strecke gegangen sind. Und wir sollten also einen Bericht machen, etwa 45 Sekunden, ein paar schöne Bilder von der Strecke einfangen und so. Start sollte drin sein und wenn es geht, auch irgendwie der Zieleinlauf. Also an und für sich, das dreht sich ja mehr oder weniger von alleine, das ist alles okay. Und wir haben auch ein paar tolle Bilder hinbekommen, unter anderem eine Szene an so einer Wechselstation, wo jemand, das war halt reiner Zufall, dass wir das auf die Kamera gekriegt haben. Also da kam halt der Läufer an und lief in seine Wechselzone zu seinen Kollegen. Also sie hatten halt irgendwie acht Teams gemeldet von der Firma und sein Wechselpartner hat es aber irgendwie verpeilt, dass er jetzt gleich dran ist. Und stand noch da und hat sich ganz lässig unterhalten und sein Kollege piekt ihm so mit dem Staffelstab in den Bauch und sagt, hier du musst los. Und er sagt, was, was, wie muss ich, was? Und ach doch, ist dann gleich losgerannt. Das war super witzig und noch so ein paar andere Bilder mit Landschaftsaufnahmen und dann sind sie übers Rollfeld vom Flughafen Jagel, vom Militärflugplatz gelaufen und natürlich den Zieleinlauf, das fand ich ganz schön, wie sie es gemacht haben. Denn die anderen Teammitglieder wurden dann immer nach ihrer Staffel, wenn sie wollten, mit einem Bus-Shuttle weitergefahren nach Dump hin. Und so konnten dann die Teams komplett im Ziel einlaufen. Also nicht nur der eine Schlussläufer, sondern halt alle, die da mitgelaufen sind in der Staffel. Und das war auch dann nochmal ein schönes Bild. Im Endeffekt, es war ein sehr langer Tag. Das schnellste Team war mit 5 Stunden 12 unterwegs und dann haben wir noch eine Stunde auf den Organisator gewartet für ein Interview und mussten dann halt noch gut eine Stunde ins Funkhaus fahren, dreiviertel Stunde sowas, um das Ding dann da zu schneiden. Und das war schade, denn als ich reinkam, sagten die Kollegen so, es ist was dazwischen gekommen. Wir mussten die Sendung umbauen und du hast jetzt leider keine 45 Sekunden mehr, sondern nur noch 20 und du sprichst auch nicht selbst. Das machen die Moderatoren. Und das ist natürlich, also das ist halt sehr schade, weil einerseits kann ich da halt ein paar tolle Bilder nicht zeigen, die ich da drin hatte. Und andererseits bedeutet das eben auch weniger Honorar. Und der Tag hat sich sowieso schon nicht gelohnt und jetzt lohnt er sich überhaupt gar kein bisschen mehr. Das war sehr schade, da habe ich mich ein bisschen geärgert, aber am Ende, was willst du machen, gibt es das alte Lied in den Medien, Aktualität, Schlichtplanung und es ist ein Blues. Das ist halt nun mal so. Dann habe ich eine Geschichte, die ich euch erzählen wollte und zwar ist bei Twitter an mir vorbeigeflogen, eine Aktion von der Piratenpartei, die 24 Musterbriefe aufgelegt haben, für jede Oberstaatsanwaltschaft in Deutschland einen. Und der Hintergrund ist, dass es immer mehr Funkzellenabfragen der Polizei gibt. Das bedeutet also, wenn irgendwo ein Verbrechen passiert, dann fragt die Polizei die Daten ab von allen Handys, die zur Tatzeit in der Funkzelle um den Tatort herum eingeloggt waren. In der Hoffnung so möglicherweise auf den Täter oder die Täterin zu kommen. Und was dann passiert ist, dass im Durchschnitt beispielsweise jeder Schleswig-Holsteiner mehrmals ins Visier der Fahnder gerät. Das heißt also, dass das mehrmals im Jahr meine Handynummer bei irgendeiner Fahndungsmaßnahme der Polizei aufploppt. Und dann gibt es eigentlich eine Rechtsvorschrift, dass die Beteiligten dieser betroffenen Telekommunikation grundsätzlich von der Erhebung der Verkehrsdaten zu benachrichtigen und über die Möglichkeit des nachträglichen Rechtsschutzes belehrt werden müssen. So, und dann gibt es noch irgendwie, das steht so in der Strafprozessordnung und dann, deswegen haben die Piraten gesagt, das ist ja merkwürdig, warum wird denn dann so gut wie nie jemand benachrichtigt? Und stellt sich raus, dass es eben eine Klausel gibt, die steht hier auch, eine Benachrichtigung erfolgt hier nach nicht, wenn der Benachrichtigung überwiegende schutzwürdige Belange einer betroffenen Person entgegenstehen. Okay, gut, aber die Benachrichtigung einer Person, gegen die sich die Maßnahme nicht gerechtet hat, kann ferner unterbleiben, wenn die Person von der Maßnahme nur unerheblich betroffen wurde und anzunehmen ist, dass sie kein Interesse an einer Benachrichtigung hat. Und da kommen die Piraten ins Spiel, die sich fragen, woher wollen die denn wissen, wer kein Interesse hat? Und haben also Musterbriefe aufgelegt, mit denen man sein generelles Interesse an einer Benachrichtigung bekunden kann. Heißt, ich kann das verlinken, da steht dann drin so und so, hiermit teile ich ihr mit, dass ich gerne immer benachrichtigt werden möchte, wenn ich Teil einer Funkzeilenabfrage werde. Und das ist also mit Bezug auf den Paragrafen, der das da betrifft, in dem Fall 101 Absatz 4 Satz 4 der Strafprozessordnung. Das habe ich also abgeschickt Anfang Mai, das ist bei der Staatsanwaltschaft in Schleswig eingegangen am 5. Mai. Und jetzt habe ich dann diese Woche irgendwann die Antwort bekommen. Und da steht eben auch drin, unter anderem, soweit sie mit dem vorbezeichneten Schreiben ihr generelles Interesse an einer entsprechenden Benachrichtigung kundtun, ist eine praktische Umsetzung nicht möglich. Hierzu müsste bei den Staatsanwaltschaften ein entsprechendes Register geführt werden, in welches alle potenziell Betroffenen aufgenommen werden, die im Vorwege bekundet haben, ein entsprechendes Interesse an einer Benachrichtigung zu haben. Ja, frei übersetzt. Wir müssen das nicht machen, wir haben auch keinen Bock dazu, das ist uns zu anstrengend. Ich bin da ohne Erwartung rangegangen, ich habe das einfach nur abgeschickt, weil ich es witzig fand. Spoiler, also ihr könnt euch das sparen, an dieser Aktion teilzunehmen, das 70 Cent Porto sind da verschenkt. Also ich habe jetzt ja dann nicht nur meine 70 Cent Porto verschenkt, sondern auch die der Staatsanwaltschaft und ich habe da auch noch einen mittleren Oberstaatsanwalt und eine Justizangestellte beschäftigt, die dieses Schreiben dann entsprechend aufsetzen mussten. Möglicherweise hatten sie das noch in der Schublade von ähnlich gelagerten Fällen. Aber trotzdem ist da ein bisschen Arbeitszeit und so mit Steuergeld verbrannt worden. Aber mal ganz spannend zu sehen. Es hätte ja auch sein können, dass sie sagen, ah, vielen Dank, Herr Schaar, für ihr Schreiben. Wir haben das vermerkt und nächstes Mal kriegen sie dann eine Postkarte, wo drauf steht, wann und warum wir sie behelligt haben, beziehungsweise warum wir sie im Fahndungsraster hatten. Bam, bam, bam. Naja, gut, ich muss mich jetzt ein bisschen sputen, muss mich langsam fertig machen, damit ich nämlich rechtzeitig in Kiel ankomme. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich diese Woche keinen freien Tag haben werde und so ist es auch. Ich hatte noch gesagt, dass ich einen freien Tag habe. Das hat sich dann auch relativ schnell erledigt mit diesem Lauf zwischen den Meeren. Und jetzt soll ich gleich wieder nach Kiel fahren, habe da noch eine Hörfunkschicht, die bis 21, 22 Uhr wahrscheinlich gehen wird. Und da sollte ich zumindest gekämmt und mit einer sauberen Hose am Leib auftreten. Das wäre gut. Das muss ich jetzt also machen. Was frühstücken möchte ich auch noch. Und dann muss ich irgendwann auch den High Alarm Podcast schneiden. Wir haben eine tolle Aufnahme gemacht. Das ist wirklich schön geworden, die Folge. Aber ich hatte noch keine Zeit für die Nachbearbeitung, weil ich ständig unterwegs war. Und weil ich vor allen Dingen da auch so wenig Freizeit hatte, dass ich keine Chance gehabt hätte, das da zu machen. Ja, mal gucken, wann ich dazu komme. Ich hoffe noch dieses Wochenende, aber wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich wird es eher so um Himmelfahrt sein, dass die Folge erscheint. Weil ich es vorher mutmaßlich nicht hinbekomme, zeitlich. Aber ich bin dran und sie wird veröffentlicht werden, das auf jeden Fall. Und ich bin auch schon dran an der nächsten Folge des High Alarm Podcasts. Da haben wir auch einen Film, der zumindest im Trailer eine ganze Menge Schwachsinn und Trash verspricht. Und mit dem Verleih bzw. mit deren Presseabteilung habe ich gute Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Die werden uns das mutmaßlich gestatten, dass wir diesen Film auch vorstellen dürfen. Und dann kann es eigentlich losgehen. Ja, das Problem an der Geschichte war in dem Fall, dass wir ja immer die O-Töne aus den Filmen noch nehmen wollen. Und ich hatte es vor der Aufzeichnung nicht geschafft, die O-Töne, die ich mir ausgeguckt hatte, aus dem Film herauszuschneiden. Und sie entsprechend vorzubereiten, dass wir die halt in Ultraschall einfach zuspielen können. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann schneide ich die halt nachher rein. Das setzt aber voraus, dass ich eben vorher diese O-Töne noch rausschneide. Und das dauert halt seine Zeit. Also da bist du halt auch eine gute Stunde oder so mit beschäftigt, die ich leider, leider, leider gerade nicht habe. So, genug gerechtfertigt. An dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wünsche mir selbst gute Besserung. Und euch eine fantastische Woche. Wir hören uns, wenn nichts dazwischen kommt, am Sonntag wieder. Dann mit Jörn Schaas für einen Podcast Episode 159. Tschüssi. Tschüssi.